Hallo und wieder recht herzlich willkommen hier zurück bei Dö-Dö-Wischen und wieder mit dabei der Onkel und der Warnow. Hallöschön. Mit unserem geilen Mega Rucksack in Uniform hier richtig geil geht's ab. Und du hast irgendwie Probleme? Ich hab dich grad mal rangesoomt. Deine Nasenlöcher guck ich mir mal an. Warte, bleib mal stehen. Meine Nasenlöcher sind weiter oben, nicht unten am Sack. Doch, ich guck da genau grad rein. Die hat geile Haare. So, ich werd mal. Komm ich dir jetzt hier rüber? Ah, jetzt kann ich hier drüben sogar ran. Schauen wir uns mal Onkelnaufnahme an. Alter, deine Brillen, die da sind beschlagen. Geil. Okay. Nee, das sind Dings. Okay. Wir sagen, wir machen alle mal Dekater auf, oder? Ich hab die Missionen an. Hast du schon? Ja, ja, siehst du. Ah, da hinten. Welch hast du genommen? Ich guck mal. Ah, die blaue Kampf. Krampf. Krampf? Hinter dem Onkel hinterher. Oh, guck mal, da liegt einer. Der wurde erschossen. Sollen wir den aufheben? Aber kann man nicht. Ach, Quatsch, ist eh tot. Man muss nicht immer alles aufheben, was auf der Straße liegt. Wollten aber aufheben. So, wir versuchen heute mal, wir versuchen heute mal ein bisschen mehr im Team zu arbeiten. Intim. Ne, im Team. Ein bisschen mehr, ja, wir versuchen es. Wir versuchen es. Wir werden uns erstmal immer so ein bisschen von den ganzen Gebieten die Lager abchecken und dann uns aufteilen. Oh, ja. Und das ein bisschen taktischer angehen. Warte, da ist ein Zivilist, ja. Ja, das ist ein Zivilist. Ich... Achso, und Crazy, auch ein bisschen müssen wir gucken mit dem Rumballern. Wegen Waffen, das verschreckt die Leute auch ein bisschen. Ich scanne mal kurz. Ja, Feinde. Ich kann die wegsnipern, wenn ihr wollt. Okay, pass auf. Nein, komm jetzt erstmal hier hinten rum, bitte. Komm mal bitte auf die Seite hier hin. Ja, ich gehe auf den LKW, weil hier ist eine gute Deckung. Ja, das ist ja, Feindup, Klingel. Der sagt doch, wir machen das so und er macht aber doch so. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wer hat das geschossen? Ich weiß nicht. Nein, ich hab nicht geschossen. Ich bin der Einzige, der auf Ungekehrte hat. Sie ist das auf. Ja, ich bin auch hier nicht. Komm. So, du bleibst es sich denn. Du bist da hinten, Alter. Bleib dort stehen. Und ich gehe hier hin. Wo ist denn das Hop-Quartier? Ach, da? Okay, würde ich sagen, Crazy, deine schöne Granate wieder rein. Und dann geht es los. immer schön auf den kopf ne freunde achten da kommt einer genau ich hoffe der eine hat eine grenade rausgeworfen schauber schönes ding so flatsch oh da liegt was grünes fängt er schon gut an jawoll zerplatzt er Leute seid ihr so weit fit okay ich glaube wir haben die ich wollte gerade ins Dixi Klo rein, darf ich aber nicht okay geil gibst du bestimmt Loot äh Militärvisier hab ich bekommen ja das war ja bei Dings, das war ja bei der Beta schon oh Achtung 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 zurück 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 hier hinter hinter ja auf Deckung Deckung alter schweiler schmeiß nicht nach hier Achtung ey da oben haut einer ab ich glaube den müssen wir jagen oder? ja das ist der Anführer achso schmeiß die Granade schön jetzt drauf bei den Arn auf den Anführer hab ich alles rein scheiß ich seh nix einfach drauf baller da ist weg ja ist einer tot da ist noch einer wow Kampf abgeschlossen Kampf abgeschlossen aber geht immer noch weiter oder was? ja der war noch einer Achtung Granate geht aus dem Bereich boah nach einer boah boah hier ist was Kriegs boah ich liebe das Spiel der Sound von den Knarren hört sich so geil an ja guck mal das hat schon viel geiler funktioniert so ein bisschen aufteilen und ein bisschen taktisch taktisch und so aber wenn jeder so ne Bezugsperson hat auf die man so hört ich mein ich bin ich bin es jetzt nochmal geworden ne? ne Leute hier gibt es auch nicht Bezugsperson in der Garage oder ne? Bezugsperson nicht Beziehungsperson hab ich doch gesagt Bezugsperson ne du hast gesagt Beziehungsperson achso Beziehungsperson okay ich hab Handschuhe hier gefunden passt ja oh ne Schrotflinte gefunden guck mal was ich gekriegt habe ja geht mir erst mal ausrüsten so guck mal ich hab hier ne Schrotflinte bekommen aber die sind alles schlechter oh ich hab ne Reparaturschoner gekriegt hässlichen Rucksack ich hab ne Handschuhe bekommen die sind sogar ein bisschen besser der hat zwar mehr Schaden achso für die die es nicht wissen äh Onkel dieses SPS also primär SPS das ist der Schaden pro Sekunde ok ja Schaden pro Sekunde oder ich hab auch ein neues Nighttel ja viele wissen das nicht ja äh es heißt ja auch auch in englischen DPS ne Damage Per Second und das ist einfach umgeleitet jetzt auf Deutsch aber ok ja gut dass du das informierst ja stimmt das sind das ja auf jeden Fall nützlicher Tipp aber was ich mache ich zerleg immer direkt alles was ich nicht brauche wird direkt zerlegt hm ich verkaufe erstmal aber ich kauf mir dann später was äh wir haben 120 Medizinflügel Nachschub ich weiß nicht was ist denn besser ist besser Präzision aus der Hüfte schießen oder Stabilität was ist denn besser ich glaube Stabilität ist dass es nicht zu verreist ne Stabilität ist dass es äh nicht zu weit nach oben zieht ja genau und äh wenn du mehr aus der Hüfte schießt wenn du mehr aus der Hüfte schießt also blind feuerst ist das doch so ne quatsch naja klar aus der Hüfte schießen ist nicht anvisieren ja ja hmmm das ist natürlich nur effektiv ähm ich sag mal bei fetten Gegnern ne naja gerade bei gerade bei Dings ne bei bei Gegnern die jetzt grad mit dem Knüppel angerannt kommen das ist immer so ne Sache bei denen ja da ist wir haben ja direkt in der Nähe den nächsten Kampf im grünen Moment wir müssen hier noch mal Moment noch nicht zu schnell ah die Funke ist nicht das aber auch nicht über die Mission drüber ne direkt kommt Funksprüche so dass wir uns hierher bekommen dass der Volk er solltet die Föckbewerse ja daran verliegen immer hinterher wo ich sie so hier ist ja diese hier ist ja noch die so hier ist ja noch diese Drohne ja die ist wohl ja schon der B da Drohne? wo? ja am Himmel hier oben eh die ist weg doch da oben ist sie was? wo seid ihr? nach oben ja da oben ist ja die Drohne der könnte das Ding nachholen ja krass da hast du dich daran erinnert dass wir hier waren 300 EP und? wo war's wär irgendwo jungen die Drohne oben aber es gibt nur 300 EP ne? mach doch nichts ich seh die nicht oben am Dach äh da musst du mal das Haus hochgucken crazy höher ganz oben ja ich komm mit der Waffe nicht höher 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 doch höher komm mit der Waffe nicht höher in Felder vom Dach so uäh du musst doch weiter zurücklaufen boah Schritte zurückgehen das Ding ist was ich gerade gemacht hab hm weißt du du faszinierst mich hehehehe faszinier dich so so was du alles so gemacht hast komm jetzt ja ja Papi hehehe wir müssen auf den Gruppenführer der wartet schon ich wähle oh ok dann macht er den Kampf ja so dann ab gehts zum Kampf Kampf ist nochmal gut oh da ist ein Zivilistus komm holt ihr euch den Zivilistus ah der hat was der wird gescannt werden dem kannst du was geben na dann hol mal rein bedürftiger Zivilist was hat er denn na gib dem was aber war nicht genügend Mineralwasser gib ihm was dann kriegst du Klamotten hab ich leider nicht da oh jetzt müsstest du was kriegen ja 186 EP ja die haben meistens nur Klamotten ich hab ich hab warte mal ich hab doch gerade Klamotten gefickt warum machst du sie jetzt zu Tode Herr Schreck guck mal die liegt jetzt am Boden die wird nie wieder glücklich in ihrem Leben ich hab's nicht ich hab's nicht die läuft doch hier ja guck mal wie die rennt voll weg mit ihren letzten Kräften die ist ja auch krank ne ich meine eigentlich die hinter dir guck mal die hat sich hingelegt wo du geschossen hast ich seh doch nicht hinter dir hier hehehe seht ihr den nicht also bei mir ist ein Püppchen vor mir auf meinen Füßen jeder na genau das war ein Schuss geh mal weiter zur Mission ich sie es hier ist voll dunkel alter das Kugelsicher die alte Onkel bist du noch da? dann kannst du nicht durch na er ist gerade am Umstyling glaub ich ja ne passt schon ich hab auf einmal total dunkel ne gewesen weil ich hab jetzt meine Figuren das ist nur hier der Bereich ist arsch obwohl guck mal nach oben ist dunkel geworden nachts na eben ist doch so wenn es dunkel ist warte mal hier Stufe 5 bis Stufe 9 sagen wir mal hier naja gut wir probieren's trotzdem stop 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 warte Gegner Gegner wo 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 Entdeckung Entdeckung ja ok ähm geht hier außen rum genau geht mal hinter den LKW irgendjemand bitte ja ich geh alles sauber oder aber hinten rum ne oh warte mal ja crazy hast du Schussfeld oder gehst du hast du Schussfeld? freie Schussbahn? weil deine Granate ja ich weiß nicht wo die sind also ich kann die so abballern dann geh doch warte mal dann komm jetzt dann komm jetzt dann komm hier zu mir dann komm hier zu mir ein Bus vorne ran und ich geh hier in der Haus-Ecke also ich hab einen voll im Visier ok dann mach mal Granate und dann gehts los also crazy sag Bescheid wenns Boom macht schieß ich komm schnell schnell der geht aus dem Schussfeld ja tot krieg mir Licht naja voller Licht so much ich hab einen hinterm Schild ist der schön da da ist noch mehr Achtung ich geh auf den LKW ja auf den LKW bist du ziemlich du geschützt ne ne wir sind keine Gegner mehr hier hinter ist noch so ein Arsch das sind wieder nur so so die halt peu a peu mal auftauchen boah das ist geil mit der Taktik ey das ist richtig wir sind richtige Killer dann kommen wir vorbei und gehen weiter die Monsterkiller Schutzmaske uuuu ah da hinten liegen noch mehr Droppis warte kurz einsammeln oh shit schon wieder Gegner warte stopp stopp Deckung ja Scannung bitte einer hinten ja warte oh viele viele Gegner warte ich geh ja in das Auto oh der scannt oh die kommen ich soll die Granate werfen ach die scheiße ich fehlen mich scheiße die hab ich gesehen los Deckung besuchen und los ballern einfach drauf einfach drauf Achtung Granate oh oh Deckung Deckung oh shit ey der klettert der kletter max da oben hab ich geklärt einer ist noch vielleicht nicht mehr scheiße der haut ab ja durch die Autotür geballert wie geil ey sauber auf dem Dach liegt blau wo ist der loot wo ist der loot wo ist der loot blauer loot was aber denn hier schicke schicke fleetsmitte ne ah ne blau ist die Klamotten ne blau ist die Klamotten ne ne das ist das ist ähm was für ein wie gut das ist das fängt ja an mit grau ja dann ist und dann kommt grün ja auch cool dann kommt grün dann kommt blau ja und da gibt's glaube ich noch äh lila oder orange orange glaube ich gibt's auch noch ja das ist legendär dann sowas ne wie in jedem Game wo ist denn der Onkel jetzt schon wieder der ist dahinten und zieht sich mal wieder um oder guckt sich sein Bild an nehmt hat sie mit dem nehmt 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 mitzubekommen hat mich immer so bissl umgezogen ne direkt oben in der Öffentlichkeit ne er ist der Bixionist nehmt ja ich auch ich seh den weißt du manche machen es im Dixi oder hinterm Auto aber er steht mit nur um auf der Umtrag vielleicht yeah Leute halt statt hier's loot hier rechts ist loot irgendwo hier's loot ja jetzt seh ich krieg was angezeigt ach ne das ist das hinten das ist das hinten das wo wir waren oder das ist das hier warte mal ich geh mal hier hoch was war genau das ist hier irgendwo genau hier Treppe hoch äh Kleider hoch yeah wir sind die Special Elite wir klettern was wir können oder ne zu ist weg äh also ach das war doch hier das wurde das war der Ding das war der Satellit mhm oder Sonne und diese Zeit ohne war das ach nee das ist unten der Lootraum wo wir grad waren warum sind wir denn jetzt außen rumlaufen warum haben wir denn jetzt sind wir jetzt dann auch rumgelassen hätten wir einmal hier durchlaufen können ja genau für ein Schwachsinn egal das ist halt noch GPS ne GPS für Profis rutsch wollte nicht rutschen so ah da ist ein Gegner Achtung Geh mal hinters Crazy geh du hinters Häusl und und du dich weiter vorpurschen warte ich mach hier Puff ja Achtung da oben ist einer auf dem Auto seid ihr soweit warte 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 ich geh hier hinters Taxi so habt ihr alle Sichtfeld ja haben wir ja wir machen Bescheid na dann Crazy deine Granate hop hop warte wo sind die da 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 warte ich hau auch einer rein oder komm her komm her komm her komm her jetzt Achtung Gornate schönes Ding boah scheiße der haut ab Achtung Gornate boah fuck hier links ist einer ja ich hab ihn festgesetzt also auf der rechten Seite festgesetzt und wünschte die hier flankieren Deckungsfeuer hat geklappt gut ich geb euch von oben Feuerschutz schönes Tod nix zu sind boah ich seh nix ich bin geblendet da kommt man mehr Achtung mach mal den weg ich seh den nicht da hab ich kein Schussfeld drauf der hinten am Auto sauber einer ist noch festgesetzt ja alles gleich tot jetzt ist weg ja boah zwei Grüne liegen da korrekte Scheiße echt ich krieg hier nur Muni ich hab hier auch schon da ich hab hier auch schon da grünen und hier ist auch wieder ein Lootraum äh irgendwelche Holster und was hab ich noch bekommen da hinten liegt ein Gelber hier im Haus ne das ist jeder anders wie gesagt ne gelbe Schlüssel ja das ist Mission habt ihr das nicht auch ey das sieht aus wie Maccafé oder ah hier ist die Kiste Loot ja auch hier ist Mineralwasser cool links ok ich öffne die Tür ja hol die Geisel raus wir kriegen eh alle Erfahrungen genau 60 Medizin da drinnen dürfte auch wieder Loot sein mhm geh weg damit sein aber die sehen alle total entspannt und gelassen aus wenn die da auch rauskommen ne so äh das war furchtbar ja furchtbar Jagd schon noch hab ich drin egal warum macht man lieber Halsen sonst krieg ich wieder kein Loot ne 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 wir kriegen alle kriegen alle Loot wenn du gleichzeitig machst ich würde sagen ich würde sagen erstmal wieder ausrüsten ja nicht hier drin ich machs warum nicht hier drin aber wenigstens kommt hier nichts keiner rein ja aber hier ist hier ist Licht ja hier ist auch Licht ja nicht so viel und Stufe Stufe 6 Schono oh ich hab mich noch hier Wumme boah ich hab übelsten Schaden was habt ihr an Hüsse äh primär SPS äh 2006 und 3 äh 2036 hab ich okay du crazy ich hab 2159 ja ich hab 2325 yeah uuuu das kann man sich leicht ändern ja das geht rucki zucki aber ich hab ne gute Waffe ich hab ne neue Wumme aber die ist schlechter hab ich noch ein Modul zum dran basteln Fragezeichen XY ungelöst und ne hab ich nicht okay während du suchst dann wähle ich keinen neuen Dings aus was machst du denn da du tust dem ja weh hör mal lalalala bist du bereit kannst du es auch willst du es mhm also ich denk mir mal ich äh wenn wir dann hier die die wir müssen dann äh die einzelnen Bases gehen Bases Basen gehen und dann kriegt man da äh kann man neue Karte aufdecken dann muss man äh äh du kannst du hast diese du meinst ähm 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 wie heißt es diese diese Safe Houses Safe Houses genau aber die würde ich sagen da hast du auch immer diese 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 Karte die du aufdecken musst genau dann gibt es neue Missions also ich hätte voll Bock gleich im nächsten Part vielleicht mal diesen Einsatz zu machen äh ne wir machen erstmal Nebenmissionen so wie wir das so ausgemacht haben wir machen erstmal Nebenmissionen und dann machen wir wir ballern uns erstmal durch die Straßen genau kommen die nicht unendlich die Nebenmissionen nein haben wir gerade erklärt die decken sich immer wieder auf so wenn du in Safe Houses reingehst genau wenn wir in Safe Houses sind decken die sich auf so das ist ein bisschen ne 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 dann deck ich ihn rüberfangen dann hast du wieder deine Karte halt weil ich glaube diese Kampfdinger da und so die kommen nämlich immer wieder nö nö hier oben die sind ja weg siehst du doch ja aber ich meine äh wir clearen jetzt das die Mission wiederholen das kannst du machen aber so okay dann würde ich sagen wir nehmen jetzt mal hier hinten die wir laufen jetzt mal ein Stück wir machen wir die ja am Arsch der Welt dass wir die mal weg haben okay so und das machen wir aber am nächsten ach ne nö machen wir nicht am nächsten wir könnten ein Stück laufen Mensch warum redest du denn vom nächsten Part weiss ich noch nicht ach das war jetzt nur wegen ähm ach jetzt lauf ich denn hin weil wir grad daneben standen Olaf ey da toll jetzt bin ich den Gruppenführer in die Sackersetecke ran okay ja das ist sonst läuft der mal mir hinter ach du hinter uns hinter uns Gegner 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 alter Deckung 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 ich bin der einzige der nicht in Deckung ist ich schieß oh meine Waffe verzieht ganz schön Flankier mal ich schieß die mal das wird nie weg jetzt warte ich komm vor an der an an wo die waren aber schnell tot hab ich gar nicht vorgesehen da ja alter Schwede ich hab hier schon wieder Dings wir haben aber gut zerlegt die Jungs ja die haben nicht viel eingestecktes wir sind ja noch ziemlich am Anfang das muss man ja auch sagen ich hab schon wieder Loot ich hab auch irgendwas gekriegt meine Fresse was hab ich bekommen was hab ich bekommen erstmal Schaden Schaden ist immer wichtig die sind aber schlecht weg wird zerlegt okay wir müssen aber hier hinten lang laut dem Ding ja Moment laut dem Ding schwing dein Ding auch das ist ne geile das ist ne geile Jacke die nehm ich oh ne neue Jacke hast du ich seh verwintert aus na ich bin der Soldier ich bin der Soldate gut ihr verwinterten dann gehen wir weiter Soldier 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 Boy da liegt irgendwie ach so das seht ihr hier gar nicht No Entry warum nicht weil da kein Entry ist geht hinten rum wahrscheinlich also der Deckel hat natürlich einiges so es wird natürlich ein ganz schöner Laufweg da ist einer der braucht Hilfe komm mal mit ich will nicht ja 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 kriegt ihr auch Erfahrung wenn ihr mitkommt Nahrungsmittelkonserven hat das einer von euch hab ich nicht nicht ich hab alles 186 für jeden cool also ich hab alles gewesendet wo du mir deinen Konserven nochmal anstelst und hab ich gegessen wo wir auf Schwestkonserven ja die Nahrungsmittel nicht bis ein Metallisch kann ein bisschen wehtun ja du weißt doch alles mit einem nicht umbringend macht ein Bestärker jaja es gibt ein Eisen Eisenherkommens genau ich brauchte Eisen der Eisenmangel Hörner mal auf den Scheißschild du mit deinem Scheißschild was er für ein Scheißschild Achtung Gegner von Link hab ich doch gar nicht an hey du machst du die ganze Zeit mit dem Schild rum Gegner von Link Nö ich hab kein Schild an soll man uns die wegholen oder weiterlaufen oder weiterlaufen Achtung das hat sich schon eben erledigt mach mal bitte den Scanner an mach mal dein Schild weg ich hab kein Schild immer noch nicht doch du machst die ganze Zeit mit dem Schild rum nein doch ja vielleicht bei euch aber ich hab kein Schild in der Hand ja ich so wir mal ganz kurz nicht taktisch los gegangen und Schild aus und helllöses durcheinander ja weil das gerade weil die ja einfach so kam boah leute krass wuuh was das wo ist er hat ein Granatensymbol gehabt der Pisser ja der kann gerade an sein so haben wir sie dafür gibt es jetzt auch nichts boah das war jetzt ein bisschen überraschend mhm aber wir sind doch gut dann nochmal rausgekommen ich hab kein Schild an immer noch nicht ja jetzt nicht mehr jetzt hat er sich das an ich hab das die ganze Zeit nicht benutzt okay kommt es wieder das hast du mit dem Schild nicht ich hab kein Schild ich benutze es noch nicht mal hey wo läuft hier hin wir laufen in 1 oder 3 wir laufen in 1 oder 3 da hinten ist noch Loot achso Lootee 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 wo läufst du hinter der Warnung ja mein Loot holen grün das hier ohne Knarre Captain wir werden über eine neue Knarre achso was hab ich denn gekriegt hier muss ich ja wieder gucken alter so gerne kann man ausrüsten das ist da zwar besser aber da wieder schlechter mehr Fertigkeitsstärke aber weniger sekundär als PS ich hab Mist ich kann das zwar alles wie gebrauchen aber irgendwie auch nicht weil es auf der einen Seite gut ist auf der anderen Seite verschlechtert bin und das ist ja ne jetzt kann man erst wenn die Vorwärter gehen vier und 20 Minuten achso das ist eine gute Sache ja crazy dann ja turn das Datei ist ja jetzt ist ja jetzt sind wir irgendwo eine Mission gelandet ach ne irgendwie ist die Mission egal wir machen jetzt eben Ende und dann gehen wir weiter gehen wir erstmal hier raus das ja wir müssen außen rumlatschen ja ok meine lieben Freunde dann dann würde ich sagen war's das für heute ich hoffe es hat euch gefallen und jo dann bis morgen und in diesem Sinne sage ich schon mal tschüss tschau tschüss 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 tschüss